Die Zentralkläranlage Hamminkeln wurde erstmalig im Jahr 1982 in Betrieb genommen und seit 1996 in mehreren Schritten weiter ausgebaut. Sie liegt bei einer Ausbaugröße zwischen 10.000 und 100.000 Einwohnerwerten im Bereich der Kläranlagengröße 4. Von der Gesamtkapazität von insgesamt 55.000 Einwohnerwerten entfallen nur ca. 50% auf die 27.000 Privathaushalte, der Rest auf die Industrie und sonstige Belastungen. Durch diesen relativ hohen Anteil kann es zu Stoßbelastungen der Kläranlage kommen, was die Abwasserreinigung erschwert. Zusätzlich stellt die Textilindustrie durch Kolorierungen eine besondere Herausforderung dar. Eine der Besonderheiten der Zentralkläranlage Hamminkeln ist, dass der Zufluss zur Kläranlage nicht im freien Gefälle erfolgt. Das Abwasser wird mit mehr als 300 Pumpen aus den sieben weit auseinanderliegenden Ortsteilen in einem Streckennetz von über 126 Kilometern zur Kläranlage transportiert. Das führt einerseits zu hohen Schwankungen im Zulauf der Kläranlage von 0 bis 250 Liter pro Sekunde. Andererseits ist das Abwasser durch die langen Transportzeiten teilweise schon angefault bzw. anaerob zersetzt. Dadurch wird die Abwasserreinigung zusätzlich erschwert. Die Behandlung des Abwassers erfolgt in Hamminkeln derzeit in drei Reinigungsstufen. Im Rechenhaus werden über einen Rechen zunächst grobe Stoffe zurückgehalten und aus dem Abwasser entfernt. Im nachgeschalteten Sandfang werden Sand und Fette mechanisch abgetrennt und über einen Sandklassierer der Entsorgung zugeführt. Von hier aus gelangt das Abwasser in das sogenannte Herz der Kläranlage, der biologischen Reinigungsstufe. In mehreren Belebungsbecken werden gelöste Bestandteile wie zum Beispiel Phosphate, Stickstoffverbindungen und organische Belastungen unter Einsatz verschiedener Bakterienstämme abgebaut. Hierzu wird dem Abwasser mit Kompressoren, die zu den größten Energieverbrauchern auf einer Kläranlage zählen, Umgebungsluft und somit Sauerstoff zugeführt. Aus den Belebungsbecken gelangt das Gemisch aus Abwasser und Schlamm in zwei Nachklärbecken. In den Nachklärbecken kann sich der Schlamm absetzen und wird dann entweder teilweise in die Belebungsbecken zurückgeleitet oder gelangt als Überschussschlamm zum Faulbehälter. Im Faulbehälter werden die organischen Bestandteile des Schlamms abgebaut. Dabei bildet sich Methan, womit vor Ort mit einer Turbine Strom und Wärme für den Eigenbedarf erzeugt werden. Das gereinigte Ablaufwasser aus den Nachklärbecken fließt den Hamminkeln zunächst in zwei Schönungsteiche. Von dort wird es direkt in die Issel eingeleitet. Obwohl in der ZKA Hamminkeln bisher herkömmliche Schadstoffe und sogar Mikroplastik gut entfernt werden konnten, gibt es tausende von neuartigen Mikroschadstoffen, die derzeit nahezu ungehindert in die Issel und somit in unseren Wasserkreislauf gelangen können. Dazu zählen Arzneimittelrückstände, Biozide, Pestizide wie auch Viren und Keime. Da die Issel ein sehr kleiner Fluss ist, stellt dies nicht nur für die Gewässerlebewesen, sondern auch für die Bewohner von Hamminkeln und unsere niederländischen Nachbarn ein Risiko dar. Diese neuartigen Schadstoffe sind nur durch einen Ausbau der Kläranlage mit einer sogenannten vierten Reinigungsstufe zu beseitigen, wie sie in der Schweiz bereits gesetzlich vorgeschrieben ist. Deshalb hat die Stadt Hamminkeln in der Zusammenarbeit und mit Förderung der Landesregierung NRW in einem umfangreichen Pilotversuch ein neues Abwasserreinigungsverfahren unter realistischen Bedingungen getestet und mithilfe unabhängiger Experten der Universität Duisburg-Essen ausgewertet. Bei diesem sogenannten Usonic-Verfahren werden die Schadstoffe durch eine Kombination aus Ozon und Ultraschall entfernt. Aber anders als bei der bisher bekannten Ozonung werden keine neuen großen Betonbecken benötigt, sondern nur einzelne Rohrmodule, die in den Kläranlagenablauf integriert und je nach Bedarf in der Zukunft erweitert werden können. Dadurch ist das Verfahren nicht nur effizienter und sicherer, sondern auch nachhaltiger. Die Mitarbeiter der Zentralkläranlage Hamminkeln hatten während des Projekts auch schon die Möglichkeit, die Usonic-Anlage selbst zu betreiben und Erfahrungen zu sammeln. Die umfangreichen Laboruntersuchungen des Utah-Instituts der Universität Duisburg-Essen ergaben folgende Ergebnisse. Erstens, Mikroschadstoffe wurden bis zu 98 Prozent entfernt. Zweitens, die Kolorierungsprobleme im Abwasser wurden gelöst. Drittens, die Desinfektionsleistung erreichte Badegewässerqualität. Viertens, das Usonic-Verfahren bietet die Möglichkeit der Wasserwiederverwendung. Fünftens, es gibt kein Risiko durch Bromatbildung. Sechstens, die niedrige Ozondosis macht die Behandlung sehr energieeffizient. Durch den Einsatz von fortschrittlichen und insbesondere umweltfreundlichen Technologien will die Zentralkläranlage Hamminkeln aus Vorsorge nicht nur lokal, sondern auch über die Grenzen hinaus dazu beitragen, die wichtigen Wasserprobleme der Zukunft zu lösen.